hey willkommen auf meinem kanal meine freunde in diesem video erkläre ich euch heute mal wie man das neue online mod menü haben könnt ganz einfach auf eigene gefahr meine freunde den link findet in der video beschreibung einfach öffnen ganz oben ist eine beschreibung was alles was ist f3 öffnen enter zurück nummer acht nach oben zwei nach unten und so weiter und zwar viele haben mich gefragt hey chris wo ist mein gt5 das geht manchmal daran wo ihr das gt5 abgespeichert habt zum beispiel wie gesagt bei mir ist eine programme und es kann bei euch sein programme 86 sein oder da und da wo sein guckt einfach mal wo ihr gt5 abgespeichert habt so das muss ich auch noch öffnen und als einfach hier alles so reinziehen ich habe das schon gemacht dann einfach online starten das spiel starten einfach mal einfach mal ein single player gucken was was ist wie gesagt meine freunde online auf eigene gefahr bau die scheiße seite selber schuld wie gesagt meint ihr euch macht jetzt bitte nicht länger als zehn minuten und nicht mehr ganz fünf minuten wie gesagt tut bist du lebt geld hellen vielleicht so 20.000 mehr nicht oder vielleicht drei vier autos und das war's haut rein meine freunde bis ab ciao hey meine freunde weg kommen auf meinen kanal jetzt erkläre ich euch alles wie man alles öffnen und was was ist f3 öffnet ihr das mit den nummer acht nach oben zwei nach unten nummer fünf öffnet ihr das enter zurück fangen wir mal ganz von oben an online player wenn jemand online ein bisschen ja was machen möchte auf eine gefahr meine freunde übertreibt es bitte nicht man kann zum beispiel hier den charakter online verdoppeln und finde ich richtig lustig cash wenn ihr mein geld brauchen online wie gesagt über 30 echt nicht können sagen jetzt mehr brauche ich nicht und das reicht und das hier ist alles geld ja wie gesagt achtet extrem drauf übertreibt es nicht leute ich sag's euch nur übertreibt es bitte nicht dann ja fix charakter halb am arsch ist gott mode und so weiter dann gehen wir hier raus gott mode unendlich munition keine polizisten habe ich mal angemacht alle waffen explosion super jump dann kann wir hier weiter und zwar sein und und so weiter aber gucken ja wie gesagt guckt einfach mal online oder im single player was was ist und man kann jetzt zum beispiel wie gesagt hier eine andere waffe richtig geil gemacht so lange zweiter hier das kann man wenig öffnen super fahrzeuge das ganze fahrzeuge hier in gt5 sind schon aufgemotzt war bei den letzten update nicht dabei und da könnte man nur bestimmten fahrzeuge raussuchen aber jetzt hat er mal alle fahrzeuge rein gemacht was ich extrem richtig geil finde klick mal mehrmals auf dem fahrzeug drauf so gut nur die farben sich ändern aber auch egal so wie gesagt hier jetzt haufen fahrzeuge und hier gibt zum beispiel polizei fahrzeug was ich extrem geil finde es hier aufgemotzt polizei fahrzeuge hammer geil oder richtig geil einfach nur hammer okay so wie gesagt das als fahrzeuge hier einfach mal durch checken hier zum beispiel gibt es auf road gibt zum beispiel eine space docker oder hier mein monstrad richtig gleich liebten so ja und so weiter ja wie gesagt hier gibt es haufen fahrzeuge ich möchte aber sehr gerne wieder mal buffalo haben dann geht es weiter hier genau hier sind die charakter sei es wenn ihr zum beispiel bigfoot sein möchte geht aber nicht da ist auch so ein fehler drin hat er bis jetzt noch nicht gemacht aber viele sachen gehen zum beispiel spaceman zombie alien clown ja wie gesagt einfach mal durch checken was alles geht und ja okay dann geht es weiter ihr könnt euch aber hinbeamen sei es zum beispiel polizeistation oder bank jetzt dauert etwas laden auch auf den größten berg hier dann kann man sachen spawnen lassen wie gesagt zum beispiel hier eine turbine genau quetsch mich hier ein zum glück mich ein starker mann mal kurz die waffen der herrscht nicht so wie gesagt turbine und richtig geil okay wenn man hier stehen und hier geht es weiter hier können zum beispiel schnee machen und weiß was ich ja was ihr bock habt und okay dann geht es hier weiter das ist könnt ihr charakter spawnen lassen alien zombie spaceman bigfoot den und und so weiter hier können wir was perverses machen wenn es geht dann 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 ja richtig für das hier so dann gibt es hier könnt ihr bei den fahrzeugen so ja beispielsweise auch bei den waffen netten mini gang ich glaube das war ein fahrzeug wartet man kurz meine freunde und schiebt man kurz ein fahrzeug her wenn man den hier wird ja genau das war ein fahrzeug ich weiß aber leider nicht mehr schießt vielleicht weiß es einer von euch ich weiß nicht ich bin glaube ich einfach blöd dafür ja wenn es einer weiß schreibt in den comments meine freunde ok dann geht es weiter wo ist mir stehen geblieben ja maps das spiel ufo oh mein gott wo bin ich jetzt aha ok ja schnee map finde ich auch richtig geil gemacht 3d auch geil habe ich schon angemacht naja zum beispiel finde ich auch cool hier könnt ihr zum beispiel den rahmen ändern ist auch lustig hier könnt ihr das fahrzeug zum beispiel in god mode rein machen das fahrzeug wieder ganz machen und sichtbar machen ähm bin ich jetzt unsichtbar ok klappt gerade auch noch nicht richtig hier ganz unten zum beispiel kann man das fahrzeug aufpimpen wenn ihr mal ein fahrzeug auf die straße findet spoiler und und so weiter hier die farben ok hier schreibe ich was hier die farben meine ich zum beispiel auch richtig geil chrom mit rot jetzt ähm dann geht es hier noch weiter da könnt ihr auch noch was machen wenn es das auto 2 farben hat sonst war es doch eigentlich alles meine freunde gesagt cash das ist was ich vorhin ganz als schieße wenn ihr online spielen möchte euch ein freund geld geben möchte einfach auf den boden schießen und euch freund sammelt es einfach ein wie gesagt meine freunde leicht das video mich wird es mir freuen und vergisst nicht übertreibt es bitte nicht online weil online ist das risiko sehr hoch und sonst wie gesagt ist einfach online spielen und übertreibt es nicht macht es echt nur ein paar minuten dann am besten nennt es dann zum mod einfach wieder rausziehen auf dem test top und ordner reinziehen und wenn ihr geld braucht oder fahrzeuge braucht dann einfach wieder neu installieren wie gesagt online auf eigene gefahr und haut rein meine freunde bis ab ciao